Hi, ich bin Saul Goodman. Wussten Sie, dass Sie Rechte haben? Die Verfassung sagt, dass Sie Rechte haben und das sage auch ich. Ich glaube, dass bis zum Beweis der Schuld jeder Mann, jede Frau und jedes Kind in diesem Land unschuldig ist. Und deshalb kämpfe ich für dich, Albuquerque. Beauftrag es. Was ist das? Sag du's mir. Marion, denken Sie, dass ich das bin? Denn dem ist nicht so. Es gab nie einen Nippie, oder? Was hat Jeff erzählt? Er hat mir gar nichts erzählt. Das Internet hat's mir erzählt. Ich hab nach Hochstapler in Albuquerque gesucht. Und da kam ein Film von dir. Blitzschnell sogar. Was tun Sie da, Marion? Wonach sieht es denn aus? Ich rufe die Polizei. Ja, ich werde Ihnen dabei helfen. Hören Sie, wir verlieren hier das große Ganze aus dem Blick. Jeff steckt in der Klemme und ich will ihm helfen. Er und ich brauchen Ihre Unterstützung dabei. Was hast du meinen Sohn reingezogen? In nichts, was er nicht eigenständig gewollt hat. Okay. Hören Sie. Ich bin noch der gute Freund, für den Sie mich gehalten haben. Klar, Jeff versteht mich. Buddy versteht mich. Ich und Sie werden das auch. Ja, Sie müssen nur Ruhe bewahren und nichts überstürzen. Okay? Was haben wir denn da? Okay. Bitte lassen Sie das los. Loslassen, Marion. Lassen Sie das los. Tun Sie das nicht, Marion. Letzte Warnung. Ich hatte dir vertraut. Marion, hier ist Valerie von LiveAlert. Geht es Ihnen gut? Nein, Valerie, es geht mir nicht gut. Hier steht ein Mann in meiner Küche und bedroht mich. Er ist ein gesuchter Verbrecher und sein Name ist Saul Goodman. Okay, Marion, ich verständige die Polizei. Ich rufe Sie sofort an.